Das massive Steinhaus des mit vier Sternen ausgezeichneten Hotel Villa Garos präsentiert sich in der regionalen Bauweise. Besonderer Hingucker ist der riesige Blüsch-Braunbär, der den Gästen ein Lächeln ins Gesicht saubert. Beliebt bei Familien- oder kleinen Freundesgruppen sind die Massionettzimmer, in denen bis zu vier Personen ihren Schlafplatz finden. Eine breite Treppe aus mittelbraunem Holz, die sich sehr schön ins Ambiente einfügt, verbindet die zwei Etagen. Oben befinden sich in einer Schräge zwei separate Becken, ein Fernseher und ein Schrank. Der Galeriebereich ist offen. Morgens, wenn der Kleine oder große Hunger kommt, steht ein Frühstücksbuffet im Speisesaal zur Verfügung. Dort findet sich alles, was für einen guten Start in den Tag wichtig ist. Nachhaltigkeit wird groß geschrieben und so finden sich kaum Plastikverpackungen. Eierspeisen werden auf Wunsch frisch zubereitet. Wer mag, genießt abends einen einheimischen Wein oder ein frisch gezapftes regionales Bier im Kaminzimmer. Weitere Informationen über das Hotel Villa Garos unter www.mortimer-reisemagazin.de will's kennengeler unter www.mortimer-reiseming.de Ihr